wir schauen uns heute einmal mylab an denn ja sie hat doch wieder mal ein video hochgeladen eigentlich habe ich hier ein screenshot gemacht hat sie vor zehn monaten das ende von mylab verkündet ja aber heute vor 19 stunden wahrscheinlich sind es mittlerweile irgendwie keine ahnung wahrscheinlich ein tag jetzt mittlerweile habe den screenshot vorhin gemacht hat sie dann doch noch mal ein statement hochgeladen ja irgendwie ist das bei allen leuten bei den krassen youtuber die immer sagen ich höre jetzt auf auf immer wiedersehen das ende von ja und dann kommen doch noch mal irgendwelche videos ja es tut mir leid wir müssen uns das ganze leider geben denn warum nicht warum nicht schauen wir uns heute ausnahmsweise mal mylab an ich bin gespannt ich kenne das video nicht das ganze hat schon ziemlich gute aufrufe fast 600.000 da geht auf 600.000 zu aber gar nicht so eine gute bewertung hier das sind könnte besser sein aber für ein funk format auf jeden fall noch sehr gut dann schauen wir mal gebe rein viel spaß mit gott meile olaf scholz friedrich merz ich mache mir sorgen um die zukunft unseres landes und ich schaue mir das nicht mehr länger einfach nur an wenn du willst dass es gut wird musst du es halt selbst machen nein okay das hört sich so an als würde jemand selber politik machen wollen olaf scholz und herr märz machen also schlechte politik dann muss ich es wohl selber machen eigentlich habe ich jetzt schon den kaffee auf naja wir gehen rein freunde der sonne hier mit habt ihr jetzt nicht gerechnet hättet ihr mich heute erwartet hätte die kuchen gemacht oder wenigstens tee und tee könnt ihr euch auf jeden fall machen also holt euch einen tee macht euch gemütlich wir steigen durch aber das hier also wenn du das sagst mache ich das natürlich ja also wartet mal kurz ich lasse das video ist einfach 55 minuten so stehen ich gehe mir kurz tee holen und wenn der drachenlord sagt ihr könnt jetzt auf toilette gehen dann mache ich das auch prinzipiell klar ist kein mylab video die zusammenarbeit mit funk ist seit dem letzten video beendet hat dieses video weder bezahlt noch war funk inhaltlich involviert ich spreche schauen wir doch mal ist da irgendwie funk drin funk ist teil des deutschen öffentlich rechtlichen rundfunks das ganze ist als funk video markiert funk ist aber nicht involviert vielleicht ist das ja nur ein fehler oder vielleicht wird uns hier einfach nur irgendwas vom pferd erzählt ich weiß es nicht in diesem video für mich und es geht ausnahmsweise auch nicht um wissenschaft sondern um politik so wie es ist geht es nicht weiter und ich schaue mir das nicht mehr länger einfach nur an ja so geht es nicht weiter vielleicht ist mylab ja jetzt rechts geworden vielleicht ist vielleicht wird mylab ja jetzt für die afd wenn sie sagt das geht so nicht weiter jetzt muss ich ran also vielleicht freunde schauen wir mal vielleicht ist jetzt hier die afd mylab dabei aber fangen wir erst mal mit etwas positivem an bei solchen bildern tut es richtig gut zu sehen dass unsere demokratie live und well ist dass hunderttausende auf die straße gehen weil sie demokratie nicht für selbstverständlich halten sondern sie verteidigen und ja gut vielleicht doch nicht dann habe ich mich jetzt so früh gefreut schade ich dachte schon ja wunderschön milliarden menschen gegen rechts sehr toll denn das ist nämlich demokratie denn in einer demokratie darf es nur eine seite geben und das ist hart links grün rechts darf es einfach in einer demokratie nicht geben das ist wirklich sehr schön dass menschen für eine demokratie auf die straße gehen während sie die demokratie nicht so gut finden dankeschön und das schöne ist all diese menschen die haben garantiert verschiedene meinungen und streitpunkte und verschiedene politische ansichten aber uns vereint ein kleinster gemeinsamer nenne ein kleinster euer hass auf uns du kannst es ausdrücken wie du möchtest und ich lasse dich jetzt gleich sprechen aber ich wollte es vorab nehmen weil euer gut mensch gelabere kommt nach meinem euer hass auf uns es ist kein scheiß und ja das muss man so sagen weil ihr uns einfach hasst weil ihr uns scheiße findet weil ihr uns nicht wollt weil unsere Meinung für euch ein Dorn im Auge ist weil Fakten für euch doof sind weil die Realität für euch doof sind deswegen ist es einfach euer Hass auf uns das ist das was euch vereint aber mal gucken was du sagen möchtest kleinster gemeinsamer Konsens wie zum Beispiel die Würde des Menschen ist unantastbar oder alle Menschen sind frei und gleich an Rechten und Würde geboren und es ist wichtig dass es solche kleinsten gemeinsamen Nenner gibt die nicht zur Debatte stehen und die wir Meme die Würde des Menschen ist unantastbar MyLab hat vor rund einem Jahr noch mit der Impfpflicht geworben MyLab meine Süße ich glaube auch dass dir dieser Paragraf im Grundgesetz sehr wichtig ist verteidigen wenn sie jemand angreift oder infrage stellt und trotzdem ich mache mir Sorgen um die Zukunft unseres Landes allein schon weil es zunehmend schwieriger wird eine kleinste gemeinsame Wirklichkeit zu finden stattdessen haben wir eine Informationskrise Informationskrise heißt nicht das was am wichtigsten oder informativsten ist kriegt die meiste Aufmerksamkeit sondern das kurze Frage ich habe kurz bevor wir dieses Video gestartet haben habe ich über einen Amoklauf in USA gesprochen von einem Transmenschen der sein also die ihr siebenjähriges Kind mitgenommen hat für diesen Amoklauf das ist ein Fakt eine Realität die sehr wichtig ist das Ganze wird hier aber in Deutschland nicht behandelt von den Medien warum sind wir jetzt in einem Informationskrieg oder sind wir hier in einem Meinungs- und Ideologienkrieg liebe MyLab das was am meisten empört oder emotionalisiert Informationskrise heißt wir haben einen Überfluss an Informationen wir versinken förmlich darin doch die Informationen sind widersprüchlich und es gibt Streits Kämpfe Zerspaltungen nicht nur weil wir unterschiedlicher Meinung sind sondern weil wir unterschiedliche Informationen haben weil wir in unterschiedlichen Realitäten leben das Problem ist dass großteils ich sag natürlich nicht dass immer alles so gut ist auch von ich sag es doof unserer Seite ja auch wenn sich das immer so ein bisschen blöd anhört aber wenn ihr euch eine MyLab und deine letzte Generationsleute und was weiß ich was wenn ihr auf was irgendwelche wissenschaftliche Informationen beruft dann nehmt ihr euch einfach diese raus die oder von von Wissenschaftlern von Unternehmen von Leuten die das ganze finanziert haben die sowieso schon auf eurer Seite sind und ganz komischerweise einfach ihre Meinung mit da reinbringen ihre eigene Meinung mit irgendwelchen teilweise auch Hochrechnungen mit irgendwelchen Zahlen die man einfach haben möchte damit dann belegen deswegen sollte man einfach unabhängig gerade von unabhängigen Studien unabhängigen Institutionen und so weiter davon sollte man sich so Dinge mal anschauen ne Informationskrise heißt wir haben keine kleinste gemeinsame Wirklichkeit und das trägt bei zu einer Diskussionsklimakrise das Diskussionsklima ist katastrophal schwarz-weiß unterkomplex unsachlich aufgeregt voller Scheinargumente und Beleidigungen und diese beiden Krisen ja schau doch mal auf deiner gerade so wunderschön beworbenen Demo gegen rechts alleine schon dass sie Demo gegen rechts heißt von der Regierung unterstützt wird und dafür beworben wird schau mal was dort auf diesen Set auf diesen ganzen Schildern steht was auf den Bannern steht und so weiter ne gucken wir doch mal ne ich ich sag ja gar nicht dass es nicht auch böse rechte Menschen gibt die irgendwelche dämlichen Beleidigungen raushauen einfach nur strunzdumme Kommentare abgeben natürlich gibt es das aber wenn ich jetzt einfach mal die Flut an Kommentare vergleiche von Linkstwitter und von Rechtstwitter dann ist glaube ich die Diffamierungsrate die Beleidigungsrate und so weiter von linker Seite dann doch höher und nicht nur weil ich mir das gerne so so ausdenke das so haben möchte sondern das ist leider so ja ich finde auch immer mal wieder einen dämlichen Kommentar von ich beruf gesagt halt unserer Seite aber die Menge ist dann doch ein bisschen eine andere die Informationskrise und die Diskussionsklimakrise wirken wie Katalysatoren für alle anderen Krisen sei es die Klimakrise oder Rechtsextremismus in Europa in Deutschland der Angriffskrieg auf die Ukraine Nahostkrieg jede beliebige Krise wird durch die Informations- und Diskussionsklimakrise um ein Vielfaches verstärkt und wer ist schuld daran? Friedrich Merz würde ich jetzt sagen wenn ich so outlandish shit behaupten würde wie Friedrich Merz nee man kann natürlich stunden haha sehr wichtig das ist das wichtigste ist dass man hier erstmal noch einer bösen CDU-Person noch einen reindrücken muss ja man kann natürlich nicht einfach mal sachlich und ja allgemein sprechen nein ganz schlimme Sache erstmal noch im bösen rechten wirklich rechten Merz noch einen reindrücken ganz wichtige Sache ganz wichtige Sache ich kann ja sagen wer schuld daran ist alle Politiker die komplette Elite wenn man das so ausdrücken möchte und ja wer welche Seite nimmt sich diesem ganzen Scheiß denn an wer ist denn die Seite die sagt Ungeimpfte dürfen nicht in Geschäfte rein wer sagt denn AfDler sind hier nicht willkommen wer sagt denn kein Raum für Rechte wer sagt denn AfDler töten von welcher Seite kommt denn sowas und welche Seite sagt denn immer Alter lass uns doch einfach alle miteinander reden und wenigstens versuchen miteinander klar zu kommen auch wenn wir andere Meinungen haben ich komme da gar nicht selber auf diese Antwort populistische Politiker sind auf jeden Fall ein Teil des Problems auch Medien tragen dazu bei weil auf das was am meisten geklickt wird besonders empörend oder emotionalisierend ist wir alle tragen natürlich dazu bei weil wir uns so schön empören und weil wir klicken und verbreiten Algorithmen tragen dazu bei und vieles mehr also es ist sehr komplex übrigens MyLab du bist vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk auch wenn du sagst du bist scheinbar nicht mehr auf jeden Fall warst du es du bist im öffentlich-rechtlichen Format im Fernsehen zu sehen und wie gesagt auf YouTube steht dass das hier ein Funk-Format ist dementsprechend bist du für mich immer noch öffentlich-rechtlich und du bist ja öffentlich-rechtlich weil du davon halt im Fernsehen zu sehen bist das heißt du trägst einfach mit Schuld daran weil du all diese ÖRR Propaganda mitträgst das heißt im Endeffekt sage ich dir MyLab ja du bist mit Schuld daran Sex und es ist nicht schwarz-weiß der Kampf gegen die Informations- und Diskussionsklimakrise ist alles andere als einfach und straight forward es ist kompliziert aber eine Sache würde es zumindest ganz klar besser machen oder genau genommen zwei Sachen und zwar in unserer Regierung die Regierung eines demokratischen Landes braucht erstens Mut in der Kommunikation von Problemen und Krisen und zweitens Sachlichkeit erst mal zur Sachlichkeit und damit meine ich auch Wissenschaftlichkeit ja Schauen wir mal MyLabs Sachlichkeit an Leider kenne ich von ihr nur also begrenzt Videos und Ausschnitte aber ihre Sachlichkeit ist es gibt eine Anschnallpflicht im Auto das ist ja voll sinnvoll also muss es auch eine Impfpflicht für alle Menschen auf der Welt geben Sachlichkeit MyLab Wissenschaftlichkeit in der Politik und Achtung ich sage nicht dass man politische Entscheidungen allein auf der Basis von Fakten und Wissenschaft treffen sollte weil man das auch gar nicht kann das geht natürlich gar nicht Physik da zählen nur die Naturgesetze in der Politik da zählen natürlich viele andere Sachen Wirtschaft, Moral, Ethik, Werte ganz pragmatische Sachen wie Umsetzbarkeit, Durchsetzbarkeit und vieles mehr und wegen dieser vielfältigen Faktoren sind politische Abwägungen schwierig Was MyLab aber irgendwie nicht sieht ist dass es viele verschiedene wissenschaftliche Studien gibt die sich auch einfach mal unterscheiden und widersprechen schauen wir doch mal aktuell ja sie ist ja auf diese Klima diesen Klimaquatsch eingegangen sie holt dann irgendwelche Studien raus die ihr zusagen wenn wir aber mal schauen und das ist kein scheiß aktuell haben viele Leute warum auch immer viele hochrangige dieser Wissenschaftler dieser Klimawissenschaftler haben aktuell den Mut gefasst und haben jetzt endlich mal gemerkt dass sie den Mund aufmachen müssen und alle widersprechen dem aktuellen Narrativ wirklich die hochrangigsten dieser Wissenschaftler und Klimaleute die haben alle diesen dass der Klimawandel so krass Menschen gemacht ist haben sie alle widersprochen ist aber dann für dich nicht die Wissenschaft die du haben möchtest deswegen nimmst du dann wissenschaftliche Studien die dir Recht geben ja jetzt ist aber die Frage wem ist denn mehr Recht zu geben jemand der diese ganzen Leute die die höchsten Köpfe dort sind und oder irgendwelche wissenschaftlichen Studien die unterstützt werden von irgendwelchen anderen Geldgebern die sowieso schon deine Meinung haben ja aber weiß ich jetzt nicht wie man da mehr trauen kann keine Ahnung darum hatte ich Politiker bisher auch nie beneidet und da ist es doch ein Luxus wenn man wenigstens einen Faktor hat wo es objektive Evidenz gibt und den sollten wir doch dann einfach als kleinste gemeinsame Wirklichkeit festhalten und abhaken darüber auch nicht mehr streiten sondern nur noch um alles andere streiten doch was stattdessen passiert ist dass selbst solide wissenschaftliche Konsens immer wieder in Frage gestellt wird oder verzehrt wird von den Grünen mit ihrer Homöopathie Liebe und ihrem oh oh MyLab gegen Grüne Pfff hei 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 Nazi ist da jemand rechtsextrem geworden also bitte nicht gegen die Grünen schießen also das ist halt das witzige also MyLab sagt ganz klar es gibt nur eine Wissenschaft eine einzige wissenschaftliche Studie ein wissenschaftliches Ergebnis und so weiter für sie ist immer nur die Wissenschaft ist 100% einspurig ganz komisch aber leider ist sie wissenschaftlich 100% einspurig es kann sogar sein dass die Wissenschaft dass das manche Studien sich nach ein zwei Jahren plötzlich selbst einfach widerlegen sowas kommt vor grüne Gentechnikas bis zur FDP mit ihrer thermodynamisch fragwürdigen Technologieoffenheit und jetzt zu oh grünen und FDP Bashing gleichzeitig aber auch CDU Bashing und über AfD brauchen wir ja gar nicht sprechen also gehe ich davon aus MyLab ist dann doch so ein bisschen SPD nah hmm na BSW glaube ich nicht ich gehe mal davon aus so ein bisschen SPD nah ich gehe davon aus dass sie ja auch ein sehr großer Lauterbach Fan ist weil Lauterbach stürzt sich ja auch immer auf wissenschaftlich Gegebenheiten ne achso ja warte mal nehmen wir doch einfach mal diese Dinge die die Wissenschaft belegt haben hm wer war denn nochmal für eine Impfpflicht weil die Wissenschaft gesagt hat dass die Impfung ein Allheilmittel ist und alles und jeden schützt warte mal und welche welche angeblichen dieser äh was was wurde denn alles davon widerlegt warte mal hm naja aber warum sollte man sich auch dafür entschuldigen ne MyLab ja mein die Wissenschaft die gibt ja nur eine Richtung ja also das was jetzt gesagt wird dass die Impfung gar nicht schützt vor einer Ansteckung das ist dann wieder von falscher Seite hören wir doch bitte nur auf die wissenschaftlichen Ergebnisse die MyLab hören möchte ne das ist ein perfektes Beispiel dafür ne das ist ein perfektes Beispiel dafür Kommunikation erst mal Kommunikation ist ein sehr wichtiger Teil der politischen Arbeit Olaf Scholz und es gibt manchmal Bad News es gibt sogar oft Bad News Beispiel Klimakrise die ist jetzt mit viel Anstrengung verbunden das ist das Einzige was sie interessiert ne das ist das Einzige was sie interessiert diese diese Panikmache vor dieser Klimakacke das ist das Einzige was sie gerade interessiert ich hab noch keine also ich hab noch eigentlich noch kein anderes richtiges Argument gehört immer nur Klimawandel 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 welche richtigen Probleme sind denn hier sonst so also die uns eventuell aktuell bedrohen da seh ich ja gar nicht es ist auf jeden Fall nur der Klimawandel Leute habt Panik habt Angst MyLab wenn du den Leuten so viel Panik und Angst in den Köpfen rein ballerst dann passiert auch mit genau das was du angeblich nicht gut findest diese Spaltung der Gesellschaft die Angst in der Gesellschaft und so weiter merkst du du weißt ganz genau dass du diese Spaltung und diese Angst in der Gesellschaft einfach mitschürst das weißt du aber Leute die sowas einfach unreflektiert schauen die geben dir recht die merken das gar nicht dass du Teil des Problems bist wie bisher gute politische Führung braucht in solchen Fällen Mut und muss halt auch mal absteppen und Verantwortung übernehmen und absteppen liebe Freunde Bruder Brä Bro Schusch absteppen klare Ansagen machen und es auch mal aushalten nicht das zu erzählen was die Wähler erst mal hören wollen und oft ist es ja so dass genau das was jetzt doof ist oder weh tut genau das ist was für die Zukunft am besten ist aber diese Zukunft liegt oft weiter weg als die nächste Wahl aber MyLab was passiert denn wie gesagt es gibt so viele Beispiele du sagst wir haben jetzt ganz rein zufällig diese eine wissenschaftliche Studie die ist gestern rausgekommen die sagt das und das das heißt wir legen jetzt alles unseren kompletten Fokus auf diese eine Studie und dafür ändern wir die nächsten zehn Jahre ja aber zwei Wochen später kommt was anderes dabei raus oder ein Jahr später kommt was anderes dabei raus und dann widerlegt sich die Wissenschaft wieder und dann kommen wieder neue Erkenntnisse oder dann kommen andere Erkenntnisse die Wissenschaft ist halt einfach auch ein laufender Prozess es gibt so viele wissenschaftliche Studien die sich mit den Jahren wieder weiterentwickelt haben neu ergeben haben neue Erkenntnisse plötzlich wurde was Neues entdeckt was es vorher nicht gab die Wissenschaft ist halt einfach ein laufender Prozess und vor allem gibt es da auch so viele unterschiedliche Faktoren es ist absoluter Quatsch was dort geredet wird gerade von ihr und alle sind dazu verleitet erstmal nur bis zur nächsten Wahl und damit kurzfristig zu denken und die Wähler nur kurzfristig für sich zu gewinnen indem sie ihnen erstmal das erzählen was sie jetzt hören wollen und ich kenne ja das Problem da sind sich Politik und Journalismus ja ähnlich wir sind davon ab vielleicht zur Information ja all das was die AfD in ihrem Parteiprogramm anspricht das hat sich schon immer angesprochen das hat sich schon immer angesprochen natürlich wird das auch ein bisschen weiterentwickelt und dann wird es halt mal ein bisschen ich weiß nicht entschärft und mal ein bisschen verschärft aber da bleibt halt der der große allgemeine Inhalt immer gleich da ist dann nicht ja keine Waffen für Kriegsgebiete und zwei Tage später ist man die Partei die die meisten die meisten Waffen in Kriegsgebiete ballert oder plötzlich mal so plötzlich mal so und dann so natürlich hatte sie noch keine Regierungsaufgaben ja auch da weiß man nicht was passiert mit der AfD wenn sie mal zufällig mit der Regierung was zu tun hat aber bisher ist da immer ein grad schliniger Weg zu sehen ja abhängig Menschen für uns zu gewinnen das verleitet dazu Beliebtheit über Korrektheit zu stellen oder zuzuspitzen und zu emotionalisieren statt sachlich und differenziert zu bleiben trotz dieser falschen Anreize ist es meine persönliche Erfahrung dass Sachlichkeit funktionieren kann und dass auch schonungslose Bad News nicht automatisch unbeliebt machen sprich doch Deutsch ich glaube fest an eine vernünftige Mehrheit aber diese vernünftige Mehrheit ist gerade frustriert liebe Regierung nach der Anfangsampel also wenn man das jetzt mal so sehen eigentlich ist jeder irgendwie frustriert ja also die Regierung ist halt einfach nur wirklich ein wie soll ich das ausdrücken diese Regierung ist wirklich genau das Gegenteil im Endeffekt muss man da MyLab ja recht geben das ist wirklich genau das Gegenteil von dem was beworben wurde was vorher angesprochen wurde was das für tolle Leute sind und was sie alles vorhaben und was sie angeblich umsetzen wollen schaut euch Lindner an Lindner sagt ein halbes Jahr vorher mit mir wird es keine Steuer Steuererhöhungen geben Meme guckt euch mal die ganzen Steuererhöhungen an in den letzten Wochen und Monaten die ja und wie gesagt die Sache mit den Waffen in Kriegsgebiete ein Habeck der überhaupt keine Ahnung hat wie die Wirtschaft funktioniert und so weiter und so fort alles was diese Regierung macht ist die Leute auszulachen das Gegenteil von dem machen was sie beworben haben und ja da muss ich ihr recht geben aber irgendwo war das auch schon immer in der Politik so ein Thema ist es halt nur die Frage wie groß ist die Rate der Themen die dann einfach falsch und anders angegangen werden als beworben dass das mal irgendwo nicht immer genauso klappt wie man sich vorstellt ist klar aber die aktuelle Regierung ist da schon wirklich ein bestes Beispiel für diese Show Einlage wirklich Wunderschön immer nur die gleichen immer schön die Taz 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 ist wirklich ein sehr gutes Magazin tolle Sache nichts einigen und die Opposition also dazu müsste man ein eigenes Video machen also auch zur Ampel über vieles müsste man noch konkreter reden und das tragische ist ich glaube auch in Berlin gibt es eine vernünftige Mehrheit ich habe in den letzten Monaten mit sehr vielen Leuten sehr ehrliche Gespräche geführt und für alle gewissenhaft arbeitenden Politiker ist es genauso frustrierend dass grober Populismus viel leichter Aufmerksamkeit bekommt als sachliche Inhalt aber liebe Regierung ja aber das Problem ist wenn man dann sachliche Inhalte Fakten und Wahrheiten darlegt dann wird euch einfach dann kommt von euch nur nein das ist Nazi nein das ist rechtsextrem nein das geht so nicht ihr wollt keine Sachlichkeit und Fakten hören und diese und diese diese Sachlichkeiten und diese Fakten und so weiter die dann einfach vernünftig aufgezählt werden die stinken immer ab gegen emotionale tolle reden von linker Seite und was weiß ich was die werden dann immer noch ein bisschen krasser angeschaut weil da ist ja jetzt die eine und die fängt dann an zu weinen und schöne Sache ihr müsst dagegen halten mit Selbstbewusstsein und dem Vertrauen in uns die vernünftige Mehrheit Hallo Berlin Hallo hier unten wir die vernünftige Mehrheit wir haben keinen Bock mehr und das bringt uns zum eigentlichen Grund Ich finde das sehr witzig dass man selber sagt hier ich bin die Mehrheit also wir sind jetzt wirklich die Mehrheit irgendwie jeder sieht sich als Mehrheit kann das sein ich sehe mich als mini individuum in so einem scheiß System was einfach nur komplett behindert ist also wenn man heutzutage in einer Mehrheit ist dann muss man sich eigentlich schon Gedanken machen habe irgendwie das Gefühl für dieses Video denn wie sagt man so schön wenn du willst dass es gut wird musst du es halt selbst machen klar meine Kompetenz ist Wissenschaft und wie gesagt mit Wissenschaft allein im Endeffekt stimmt sie muss das ja irgendwie so framen dass sie dann damit sagen kann hier wir sind ja die vernünftige Mehrheit und dementsprechend habe ich recht egal was ihr sagt ich untersucht andere Ergebnisse hat als vorher und nein die Wissenschaft hat nur einen Weg und zwar meinen ihren niederen gestalten da kann man noch keine Politik machen aber erstens manchmal ist es gar nicht so verkehrt einen festgefahrenen Betrieb mit einem Außenseiterblick aufzuwirbeln und zweitens ich bin natürlich nicht allein ich habe in den letzten Monaten sehr viel Zeit in Berlin verbracht ich habe mit sehr vielen sehr klugen und erfahrenen Menschen geredet ich habe ein wie ich finde sehr starkes Team aufgebaut und ich habe meine Zeit vor allem ich 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 habe richtig geiles Team ich habe einen langen Schwanz ich ich bin ich bin ich bin klügste von allen nieder menschen ich bin die wissenschaft ich bin das höchste wesen ja und ich kann euch eins sagen und das das meine ich wie es ist ich habe die beste Schanze und wenn ihr an meinem Tor rütteln wollt dann hört sich das so an arbeiten ich werde an dieser Stelle jetzt erstmal vage bleiben denn auch wenn das hier kein MyLab Video ist sind wir trotz auf einer Plattform die zuletzt durch und mit funkt das ist kein MyLab Video also das hier ist kein MyLab Video das ist halt also rein zufällig heißt der Kanal MyLab aber ist kein MyLab Video MyLab ist auch gar nicht in dem Video zu sehen wirklich nicht also ist kein MyLab Video an der Stelle also funk hat damit auch gar nichts zu tun wirklich also ist kein funk Video ist kein MyLab Video nein 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 groß geworden ist und deswegen möchte ich das jetzt erstmal nicht für Parteipolitik nutzen ihr wisst auf welchen Plattformen ihr mich sonst auch findet und ich freue mich schon sehr drauf euch bald konkreteres sagen zu können aber ich wollte euch erstmal ja das heißt das Ende von MyLab ist doch nicht da nach 10 Monaten kommt dann jetzt das Video und dann in zwei Wochen kommt dann das Video ich habe eine Partei gegründet stellt euch vor ich habe die MyLab Partei gegründet die Wissenschaftspartei nein die wird sowas von die Wissenschaftspartei heißen DWP ich schwöre euch das wird DWP heißen die Wissenschaftspartei so ein Logo dann mit so einem so einem Hut so ein Hut die so krasse gebildete Menschen anhaben kennt ihr ja aus den USA wenn sie da ihren Abschluss bekommen ihr kennt das ja da drunter dann so eine Brille Hut Brille und dann DWP da drunter so sieht dann auch noch das peinliche Logo aus also entweder die Wissenschaftspartei oder oder MyLab Partei oder gibt es nicht MP Partei schon keine Ahnung aber die Wissenschaftspartei so heißt das abholen denn bei einer Sache hat mich diese Community nie im Stich gelassen nämlich bei meinem Glauben an die menschliche Vernunft und ich glaube nach wie vor wir brauchen eine Seuche der Vernunft ja nach Corona sollte ich mir vielleicht ein anderes Framing als solche überlegen ihr wisst was vielleicht solltest du generell mal aufhören das Frame vielleicht solltest du dich auch mal dafür entschuldigen was du zu Corona gesagt hast denn wie gesagt die Wissenschaft widerlegt dich komplett bei dem Ganzen was ich meine Vernunft und Wissenschaftlichkeit ist die einzige Therapie gegen Desinformation und Populismus also nötz an die Macht soviel erstmal an dieser Stelle ich freu mich schon drauf wenn ich euch bald mehr updaten kann bis dahin stellt den Tee warm und bleibt sicher geil Freunde ist das nicht schön fassen wir zusammen MyLab wird eine neue Partei gründen wird sich da auf die Wissenschaft berufen die sie gut findet denn es gibt nur eine einzige Wissenschaft und zwar die die MyLab toll findet und MyLab ist die klügste von allen MyLab ist die Mehrheit MyLab ist diejenige und MyLab findet die Grün und FDP doof und Olaf Scholz ja zusammengefasst MyLab ist diejenige sie kann und weiß alles besser und sie wird es auch bald besser machen Bündnis MyLab 24 wer weiß ich bin sehr gespannt es kann nur gut werden die Wissenschaftspartei dann ab 2024 auf allen Wahlzetteln mit dabei bei Bis zum nächsten Mal.